Wenn du die Willen hast, etwas Großes zu tun, dann versuche ich dich wirklich zu versuchen. Denn was ist das Schlimmste, das passieren kann? Du versuchst, die Welt zu retten. Wie ist das schlecht? Die non-monetäre Beiträge zu deinem Leben ist exponentiell. In dem Projekt gibt es einen geschaffenen Raum, in dem man unabhängig von allem, was dir die Gesellschaft auferlegt, frei sein kann. Wie gelingt es uns, nachhaltig zu leben? Die Lösungen stehen auch bereit. Aus Wissenschaft, Wirtschaft und Umweltverbänden. Wir haben zwei Menschen aus zwei verschiedenen Perspektiven. Sie kommen zusammen und es kreiert eine dritte Perspektive. Und das ist das Motor, das die Gesellschaft auferlegt. Es geht gar nicht so sehr darum, was die Gesellschaft braucht, sondern vielmehr darum, was der Mensch selbst braucht. Ich habe so viel von der Welt kennengelernt, ohne die Welt gesehen zu haben. So fühle ich mich live. Es ist fantastisch zu sein, als eine Gemeinde wie diese Gemeinde. Du hast so viele Menschen, die ihre eigenen Visions implementieren. Ich habe so vielmehr gemacht. Ich habe so vielmehr gemacht. Ich habe so vielmehr gemacht.